einen wunderbaren guten tag meine werte freunde was geht und herzlich willkommen zum zweiten part von super mario bros wonder ihr hört im hintergrund die schönste musik überhaupt ich bin immer wieder happy wenn ich das game schon höre und ich würde sagen wir starten das ganze wurde im live stream aufgenommen und ja ich würde sagen let's flippin go natürlich mit mario und let's go so schaut mal noch kurz die prüge aus deaktivieren und forschau deaktivieren röhrenfelsenwiese das ist schon ein schönes game wundermarktmusik oder verschnauzpause immer geradeaus die verschnauzpause klingt actually besser immer geradeaus halte beim laufen y gedrückt um zu rennen ein sprung beim rennen bringt dich weiter als gewöhnlich sehr schön immer geradeaus halte beim laufen y gedrückt um zu rennen schnappt ihr so den wundersamen ok diese blumen ich zeig's euch diese blumen immer geradeaus wundermarkmusik ok sammel 100 münz und du hast einen one-up dieser schafft ihr dann einen weiteren versuch nur zwei alles klar alle glätseln Da ist nämlich Musik. Ja, ne, das nennt er auch Musik. Wundervoll! Wundervoll. Sehr schön. 22.10.2023. Oh, nice. Willkommen. In diesem Land geht wieder gut mit auf. Hier kann alles mögliche bezahlt wird mit Boomen Münzen. Komm, komm jetzt mal das Abzeichen. Kaufen. Wollen wir alles andere Abzeichen ablegen? Nein, danke. Komm, gern jederzeit wieder? Sehr gerne. Ich würde sagen, wir starten. In dieses Level. Wir haben uns einfach umgebracht. Wir schauen mal in diesem Wicklerrennen über Stock und Stein. Okay, mal schauen. Halt mir ein bisschen, ein bisschen Eier. Das haben wir schon gesehen. Wicklerrennen. Lauf nicht umgedrückt um zu rennen. Erreich das Ziel vor dem Wickler. Vor dem Rennwickler. Oh, hier gibt's Gegner. Was ist denn? Und wir sehen uns nicht. Wir sehen uns auch schon. Ja, genau! Die. Was ist das? 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 Yo, WTF Ich habe es geschafft! Genau eine Minute Sehr nice Und dafür bekommen wir auch den Wundersame Vielen Dank Mein ehrenwerter Wiggler Wiggler Oh, cooles Bild Oh, yes, let's go Großartig, wir haben ein Wigglerrennen gewonnen Wir haben ein Wigglerrennen gewonnen Eine Spezialität des Blumen Blumenkönigreichs Und Wiggler warst du nicht, uns zum Sieg Ein automatischer Superpilzabzeichen zu schenken Durch dieses Abzeichen erhältst du die Effekte eines Superpilzes Wenn du ein Level beginnst Oh, yeah Ah, nein, danke Möchtest du es gleich verwenden? Später Hm Wir haben genug zu erschienen Oh nein, sie haben den sogar nördlichen Palast errobert Dort wird einer unserer wertvollen Königsamen aufbewahrt Wir müssen etwas unternehmen, bevor sie ihn für ihre schändlichen Zwecke verwenden Ja, natürlich Was willst du? Klimmsprung 1 Abzeichentest Klimmsprung 1 In Abzeichentest verlierst du keine Versuche, selbst wenn etwas schief geht Oh, das ist cool Abzeichentest Schwenken in eine Wand und drücke dann B Um einmal direkt nach oben zu springen Also wie so ein direkter Wand springen Oh, aber das ist cool Oh, aber das ist cool Ah, okay, verstehe Warte Oh, okay Oh, das ist cool Oh, okay Oh, das ist ja richtig geil Oh, das ist ja richtig geil Oh, das ist ja richtig geil Oh, das ist ja ungefähr das habe ich gesehen Natürlich schaffe ich das Ich bin ja nicht sonst Äh Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich schaffe das Scheiße. Sagt ihr und fehlt. Ja. Nein. Nein. Okay, ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Was hat noch neue Shuttle? Keiner war. Nein, ist egal. Abreichend Test ging schon eins abgeschlossen. Ja. Ich muss aber noch mal machen, weil wir haben die eine Demenzia vergessen. Aber ist kein Problem. Ja, ja, sicher. Ach, hier hat wieder über das Abzeichen geredet. Aber klar, leg es an. Abzeichen Test beginnt sich stets in kleiner Form, aber sobald den Test verlässt, ist es wieder alles wie vorher. Cool. Ja, natürlich kann ich das sein. Komm, gehen wir. Ich habe wohl noch keine Ahnung, wie ich an dieses Abzeichen geredet habe. Ähm, ich sage, dieses... ...das andere, die ich ankommen soll. Ah nein, ich verstehe. Du schaffst das. Ja, natürlich. Diese Einwappen ist doch so schön. Nice, let's go. Easy. Ich habe auch so geschaut, dass es nach oben ist, so als wäre irgendetwas. Aber auch das ist ein geiles Bild. Yeah. Was ist hier? Galoptäre, Stampede. Schwierigkeit. Ja... Vielleicht später. Bonuslevel. Spiegel. Versteck' im Senkratroll. Nur Münzen. Rührende kriegt im Sumpf. Kampfparty Rührende Fels Arena. Ja, machen wir später. Weil das sieht nach dem einfachsten Level aus. Dementsprechend machen wir das. Ja, schießen Mobs, sie erleiden keinen Schaden durch Gegner. Probier sie aus, wenn ein Level zu schwierig ist. Okay, das ist also sowas wie der Easy Mode. Oh, das Abzahlen ist schon nice. Oh, wir kommen jetzt an die Mühle und so dran. und los wir sind hinten sehen wir das sure why not Wo bin ich denn? Oh! Okay! Ja, gut! Oh, was? Der Mann hatte sonst gespeichert, der die Konzerne gespeichert hat. Stimmt. Ja, ne? So, ich zeige es nicht. Ja, ne? So, ich zeige es nicht. Wie soll ich denn jetzt noch in der ersten Reihe sein? Das geht jetzt gleich! Ja, ich weiß nicht! Oh ja, ja! Oh ja, ja! Aber warum sollte ich das Thema reineinigert? Ja, ich weiß nicht! Okay, da kann ich ihn rein. Hey! Wir sind zu schwer für das Ding! Ja. Das sind wir. Ja, hier. Hey! Wir sind zu schwer für das Ding! Hey! Kann ich leider? Okay. Ja! Ich hab's doch gesagt! Ich hab's keinen Ton! Ich hab's keinen Ton! Ich hab das Ding keinen Ton! Oh Gott! Vielleicht erstmal kurz Pause drücken. Aber ja, erstmal Moin Kartongi. Wieso das Ding keinen Ton hat, kann ich mir aber am besten will nicht erklären. Aber nun gut. Was? Auf dem Schlechner muss ich das jetzt tun. Das hab ich mir drauf. Ja, fast nicht. Oh! Ich hab's nicht in der Musik. Ich hab's nicht überliegt... Nein! Oh! 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 Das ist ja... Das ist ja so. Oh! 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 Es war ins Spaß! Was? Moin, ja ja, Moin Moin Ich weiss, aber egal Und hier ist das Ziel Sehr cool Komm Yes, wunderbar So, die Aufnahme gibt's 16 Minuten Chillig, chillig Du, du, du Sehr chillig Spike-Versteck im Senk-Rührendal Ich bin noch stumm Okay, dann ist das ein effektiver OBS-Bug Weil ich hatte das vorhin noch eingestellt Dass das Ding funktioniert Aber nun gut, dann Und dann eben nicht So, aber jetzt Ja, jetzt, jetzt ist es gut Jetzt ist alles gut Dann machen wir jetzt erstmal die Rönern, rick ich dem Sumpf, achte in der Nähe von Sumpfen Gut darauf, wo du hintrittst Gut Aber das ist, wie wir wissen Ah, du bist tot Da auch Da auch Elefanto hier Was ihr denn, sie tut jetzt? Ich glaube schon So So weit ich weiss, habe ich den Und ja, da gehen wir rein Komm hier raus und das gibt uns Die erste 10er Münze Äh Ich kann aber sonst gleich nachschauen nach dem Level Da können wir nicht rein Ich habe es schon gedrückt Ich habe es schon gedrückt Ich finde die Tinger ja eklig Ah, geht so Der ist asozial gestärkt Okay, dann mal schauen Der ist ein Fies an den Bruder Oh nein Die andere Sache, die ich scheiße bin ist Jumping Run Diese Röhre, wo du rein wolltest, musst du schieben Also Karton, wie du kannst sonst Ich habe jetzt den ersten Part schon veröffentlicht Du kannst ja schon mal nachschauen Ne? Den habe ich ja heute veröffentlicht Ich glaube, ich habe die alle schon einen Schruber zurück Ich finde die Tinger ja eklig Was ist das zu tun? Was ist das zu tun? So viel? Wo kommen die denn alle her? Ah Ne Wo geht das mit dem nächsten? das Jetzt kommt es Da kommt es Das sind ziemliches Delay, muss ich sagen Gott inwieweit Äh Da wo ich war Kompjist bis jetzt Aber kein Problem Die kann er durch Save auch schieben. Ach, scheiße. Oh mein Gott. Ja, wir müssen das Level nochmal spielen. Lila Münzen. Guten Tag, Luca. Was geht? Oh. Holy shit. Nein, 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 nein. Alles gut. Alles leider wird automatisch gut. Ich muss sich Save dann nach oben rein. Jetzt rechts in die Ligen der Röhre rein. Ach so. Oh, bin ich froh, dass ich das im Livestream mache. Gut, dir, ja. Ja, sehr gut. Oh mein Gott, dir respawn. Mann, bist du doof. Ja, kann sein. Kann schon sein. Kann schon sein. Kann schon sein. Oh, da ist die Wunderblume drin. Ach, scheiße. Ich frage mich, was einfach wäre das, Kollege. Nein. Nein. Ich hab's ja fast da tun. Ich glaube, es ist so schön. Keine Zeit nehmen zu haben. Ich hab's ja fast da. So, was passiert hier? Also, ich spiel mal weiter und mal gleich wieder. Alles gut. Alles gut, Katomi. Das Spiel macht sowieso Spaß. Von daher, vollkommen verständlich. Sicher, dass du nichts zu übersehen hast? Ja, fast. Ich muss nur mal über die Zürich reden. So. Damn, das ist fies. Das ist fies versteckt. Aber jetzt haben wir es. Es kommen immer mehr. Holy. Oh, das war doch ganz knapp. Alles in Ordnung. Mir geht's gut. Ah, es freut mich. Sicher, dass du nichts zu übersehen hast? Ja, jetzt bin ich sicher. Wie wollen wir denn da rein? Ja. Ah, klar. Und da sind wir. Und da ist noch ein weiteres. So. Kann schon sein, dass es ein Traum war. Aber es hat sich zu real angefühlt, als dass es ein Traum wäre. So. Wie lange geht die Aufnahme für den Hauptkanal? 25 Minuten, ja, das reicht noch für die Dings-Arena. Röhrenfelsen-Arena, so heißt sie genau. Experimentiere mit Power-Rubs und Abzeichen, um neue Möglichkeiten zum Besiegen der Gegner zu entdecken. Besiege alle Gegner. Das Tür öffnet sich, wenn du alle Gegner besiegt hast. Bis du besiegt hast, schnell halte zusätzliche Belohnungen. Versuche es allein oder gemeinsam mit Freunden. Was darf das sein? Achso, ich muss mich berühren. Das ging definitiv schneller. Röhrenfelsen-Arena. 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 Sobald du das Elefanten-Item verlierst... Sobald du das Elefanten-Item verlierst, bist du verkackt, will ich sagen. In dem Moment... Röhrenfelsen-Arena. Röhrenfelsen-Arena. Das ist natürlich du. Wir sind so viel langsamer als vorhin. Leider. So, jetzt mal wissen wir, was passiert. Kurz haben wir warten einfach. No, you don't. Ich hab nichts mehr, um sie zu besiegt, doch, Michelle. Gib mir eine Schelle. Ja, das wird so nix. Wo bin ich? Das wird so nix. Wie soll ich sie denn umbringen? Oh, nein. Ach so, die bringt sich selbst um. Oh, nein. Alles bitte. Das ist einfach nur nicht so dumm sein, wie wir das haben. Alles muss ich verwirren. Wir lassen einfach hier stehen. Ich hab' ich so lange gedrückt. Ich hab' ich so lange gedrückt. Ich hab' ich so lange gedrückt. Was ist das so lange gedrückt. Was ist das denn so kurz? Ich hab' ich so lange gedrückt. Was ist das denn so lange gedrückt? Ich hab' ich so lange gedrückt. Oh nein. Dreh nicht! Dreh nicht! Nein, nicht leiden! Das ist doch so dumm. So, ihr könnt runter, bitte. Sehr schön. Dann müssen wir einfach schauen, dass wir jetzt hier die Agro oder die Sigma-Tutern passt das. Das sind die andere Leute. Dann müssen wir uns nur noch in 15 Minuten. davor. Oh! Da geht's im Knall. Rührenfeld in Arena. Let's gooo! Let's gooo! Oh, das ist ein Knall. Und... Let's gooo! Rein da! So, wie sieht's aus? Komm, das schaut mir sicher. Das schaut mir sicher. Aber... nicht jetzt. Dann bestimmt der Level zuerst. Aber, Freunde. Nicht in diesem Part mehr. Sondern dann im nächsten Part. Von... Super Mario Bros. Wanda. Für all diejenigen, die jetzt fragen, Hä? Ganz einfach. Der Part ist zu Ende. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß bis zum nächsten Part. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Ah, ja. Garmin. Tendu.